Endlich geht die nächste Woche los und das gleich mit einer ganz guten Situation beim heimischen Markt, beim DAX. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe es euch ja schon kundgetan, einerseits im Trade des Tages und auch über Born for Trading verschickt, eine Trading-Idee beim DAX im Wesentlichen zusammengefasst. Die konkreten Zahlen, die habt ihr ja. Falls ihr sie noch nicht habt, meldet euch einfach an, die entsprechenden Anmelde-Links, die sind hier unter dem Video. Falls ihr es eben noch nicht live mit dabei seid oder zumindest mal nicht hier mit dabei, live müsste nicht dabei sein, aber dass ihr die Informationen bekommen habt schon. Grundsätzlich kann man sagen, Schub hoch, wackelig runter, die Fortsetzung nach oben. Wir hatten vorhin schon mal eine Variante, jetzt gab es aber nochmal ein etwas tieferes Tief, das heißt, wir mussten es leicht nochmal anpassen, deshalb gab es dann etwas variierende Marken, aber wenn ihr das seht, dann könnt ihr das relativ leicht erkennen, worauf sich das Ganze bezieht. Also recht leicht anpassbar. Die Idee ist hervorragend und gefällt mir sehr gut beim DAX. Aber wollen wir da nicht so viel Zeit drüber verlieren, dazu hatte ich ja, wie gesagt, schon Beiträge gemacht. Gucken wir auf den amerikanischen Markt, ist der denn auch so gut? Und ja, ihr seht es an der gedähten Sprachweise, hoch geht es offensichtlich aus. Das sehen wir hier auch in diesem hinteren Verlaufsmuster, was wir haben, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber die Überall-Performance, die Overall-Performance, um es ganz hässlich deutsch zu sagen, ist doch deutlich schlechter, was die Aufwärtsbewegung angeht. Naja, immerhin sind wir, was das angeht, noch einigermaßen überlappungsfrei, oder nicht nur einigermaßen, sondern klar überlappungsfrei beim Dow Jones. Also fast noch die besten Voraussetzungen, was wir hier in dem Blutschip-Markt haben. Insofern haben DAO und DAX weiterhin eigentlich ein ganz gutes Standing. Nicht so toll ist es bei den gemischten Doppelso, sozusagen, nämlich hier der ES. Das ist der, der auch viele Nasdaq-Titel, die großen Techies mit drin hat. Und dann auch noch sehr schwergewichtig. Und dann seht ihr eine Entwicklung, jawohl, Aufwärtsbewegung, von diesem Tief ausgehen, von da, super, das macht Laune. Aber zumindest sieht man, dass wir viel Rücksetzer haben, die A, sehr stark, sehr steil sind, B, auch noch kurzüberschneidend sind. Also wenn man das hier sich anguckt, das ist tiefer. Da kann man ja sagen, oh Gott, was für eine Mimose, was ist der da pingelig. Aber es hat sich eben durchaus bewährt zu prüfen, ist das Ganze in einer starken, in einer strengen Bewegungsrichtung oder ist es eher in einer Bewegungsrichtung, die ja eben nicht so easy ist, die nicht überlappungsfrei ist. Also in dem Fall ist sie eben mit Überschneidung und dementsprechend eben nicht das Premium-Segment des Käufermarktes, wo man normalerweise davon ausgehen kann, das schiebt den Markt am meisten. Das Ganze liegt sicherlich an den Techie-Titeln, denn das sehen wir schon hier, dass wir hier ebenfalls, das ist der Tech-Markt, seit dieser Tiefbewegung hier am 4. Oktober, immerhin, wir sind in einer Aufwärtsbewegung. Keine Frage, warum? Weil hier unten warme, hier sind wir. Das ist streng genommen eine Hochbewegung, das kann man nicht anders sagen. Also insgesamt ist das seit dem Tief eine Aufwärtsbewegung. Aber auch hier, guckt euch mal diese Gegenbewegung, diese an. Nicht nur, dass sie sehr stark ist, sehr tiefgehend, sehr steil ist, was häufig ein Zeichen ist von ein bisschen schissig unterwegs im Moment. So richtig Freude haben wir nicht. Eigentlich die Hose voll, reagieren sehr schnell auf negative Nachrichten und eben sehr klar mit diesem eben nicht überlappungsfreien Bild. Und manch einer, der mich schon mal häufiger hat reden hören, der weiß, je weniger es überlappungsfrei ist, desto eher ist das eine Aufwärtsbewegung im Gegentrend. So ähnlich wie das, was wir hier haben. Auch hier waren wir unterwegs, da aber noch sogar überlappungsfrei. Da würde ich sogar noch sagen, naja, wackelig ja, aber eben noch ohne Überlappung. Deshalb war ich hier ehrlich gesagt noch nicht so richtig mutig für die Short-Seite hier zu triggern. An der Stelle, jetzt im Nachhinein kann man sagen, ja, wäre doch auch gegangen. Aber ich mag es lieber, wenn das dann eben doch die Überschneidung mit sich bringt. Das kann uns hier übrigens auch noch blühen. Das heißt, wenn der Kurs, da zeichne ich mal ein bisschen in die Zukunft, und wenn der Kurs jetzt tatsächlich noch nach oben kommt, dann sind wir weiter in der Aufwärtsbewegung. Dann wird aber diese Tiefmarke super spannend, dann bricht der Kurs dann da durch. Ist das eigentlich ein recht gutes Zeichen, dass wir diese Marke auch nochmal unterschreiten und eben noch ein gutes Stück tiefer gehen. Und da werden wir mal sehen, was das bedeutet, wenn wir dann diese Marken, diese Zone, die wir hier haben, verlassen, ob da nicht die 14.000er Marke nochmal läuft. Ich fühle jetzt den Teufel, den Beelzebub nicht an die Wand malen. Solange wir in der Aufwärtsbewegung sind, ist ja noch erstmal die Welt in Ordnung. Aber behaltet das im Hinterkopf. Diese Marke wird spätestens, wenn wir da drüber hinausgeschossen sind, nochmal eine relativ realistisch oder relevante Marke, wenn die dann durchbrochen wird. Also sehen wir die 15.000. Dann wird diese Marke, die 14.700, sage ich ganz grob, das Tief im Umfeld hier beim Nasdaq Future, ist ein bisschen niedriger als die 700er. Dann wird die maßgeblich entscheidend darüber, ob wir diese Marke nochmal ansteuern. Und da lehne ich mich mal ein bisschen raus, wenn wir diese Marke unterschreiten, was sehr typisch wäre in einer Trendfortsetzung, dann wäre die nächste eben erst bei 14.000. Das heißt, dann sehen wir uns ein gutes Stück niedriger wieder. Also sehr spannende Geschichte. Für uns Intraday-Händler am Nachmittag ist es allerdings nochmal die Chance, eher die Aufwärtsseite mitzunehmen. Was redet der denn so negativ? Tatsächlich hier im 15-Minuten-Chart. Das sieht gut aus. Nehmen wir mal an, er wackelt hier runter. Also eben nicht stark, sondern eben die schwache Seite. Ja, dann kann man die Aufwärtsseite mitnehmen. Wir hatten hier das Pandor auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Wackelig ABC nach oben und dann nochmal vorläufig die Fortsetzung hier runter. Also fürs Auge so ein bisschen dran zu gewöhnen. Dann einfach so diese Trigger versuchen mitzunehmen, um dann eben versuchen, dann eben nochmal die Long-Seite mitzuspielen. Aber es ist das Gleiche, wie wir es immer haben. Aktuell allerdings die letzte deutliche Bewegung klar nach oben. Das heißt, jede wackelige Gegenbewegung lädt dafür ein, zumindest nochmal als Teilzeit-Bulle aktiv zu werden und ein gutes Stück mitzunehmen. Und vielleicht vergessen die Bären ja den Kurs nochmal hier durchzudrücken. Und dann ist das bullische Bild, so hässlich es auch aussehen mag, vielleicht noch ein gutes Stück weiter aktiv als das, was ich jetzt hier eben eingezeichnet habe. Na gut, soweit die Einstellung aktuell zu den Aktienindizes. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterhilft. Zu Gold hatte ich ja am Wochenende, also sprich für heute Morgen, einen Videobeitrag schon gebracht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den angucken. Ich habe ihn ja verlinkt, beziehungsweise ihr seht es ja sowieso auf finanzmarktwelt.de. Je nachdem, wo ihr lieber guckt, da hatte ich das als Überblick mal bereitgestellt. Schaut es euch gerne an, dann habt ihr da auch noch eine Meinung oder eine Idee dazu. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gutes. Gute, einen tollen Wochenchart, einen tollen Wochenchart wünsche ich euch. Wir sehen uns im Laufe der nächsten Stunden bestimmt nochmal wieder, sei es im Markt oder mit manchem Beitrag. Bis dann.